Also in der Dusche bin ich jetzt logischerweise verbrotten. Deswegen nehmen wir es mir Achtung, was im Geheimen war. Yes, und dafür wurde ich auch schon belächelt. Dann würde ich ein Interview abbrechen, wenn es ins Respektlose reingehen würde. Dann finde ich, da muss man sich selbst schützen. Geht's? Und ich schau da rein. Achso. Ah, okay, muss auch dabei sein. Ich schau an, ich geh zwei. Auf Laola eins. Ich schau an, Liga zwei. Ich geh mich nicht aus, deswegen schau ich mir das gar nicht an. Hallo und herzlich willkommen zu einer Zwarer-Konferenz. Spezial heute mit dem SKN-Trainer Stefan Helm. Servus, wie geht's dir? Hallo, mir geht's ausgezeichnet. Danke für die Einladung, freut mich sehr, euch beide wieder zu sein. Und natürlich auch der wunderbare Kollege Harald Brandl ist dabei. Servus, Hannes. Harald, wir haben mit Stefan Helm heute etwas vor, nämlich eine neue Rubrik, das Format im Format. Was ist das eigentlich? Wir nennen es das unangenehme Interview. Wir werden dem Stefan ein paar Fragen stellen, die er so in Interviews wahrscheinlich noch nie gestellt bekommen hat. Es gibt hier viele Kuverts mit verschiedenen Rubriken, sei es Urlaub oder Musik, Digitales. Stefan darf sich aussuchen, worüber er spricht. Zumindest was die Rubrik angeht. Und dann schauen wir mal, welche Fragen er uns beantworten darf. Schau es dir mal durch. Nehmen wir Sitz und Liegen, da kann man ehrlich gesagt nicht vorstellen, worum es geht. Sitz und Liegen, sehr gut. Das habe ich selbst nicht ganz verstanden. Aber der Kollege, schauen wir mal, was da drin ist. Schauen wir mal, was da drin ist. Da haben wir alles ausgearbeitet, diese Fragen. Die erste Frage ist weder sitzen noch liegen. Ja, ist gut. Da wurde ein Sprichwort besagt. Es gibt zwei Arten von Männern. Die, die in der Dusche pinkeln und die, die lügen. Zu welcher Art gehörst du? Also, ich sage mal, ich gebe dir jetzt eigentlich nur eine Antwort. Aber ich sage mal, wenn es der richtige Moment ist, dann kann man schon mal zu der ersten Katilie dazugehören. Dann zahlt man sicher Strafe bei euch, oder? Ist man jetzt im Verstrafenkatalog? Also, in der Dusche bin ich jetzt logischerweise verbotten. Deswegen, wenn man es macht, muss man es im Geheimen machen. Was ich sage, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt nicht kriege. Werden wir jetzt kontrollieren. Ich habe nichts passiert, ich habe die Regeln. So, jetzt gehen wir zum Thema Sitzen. Was liest du am Klo? Ich versuche, mir das abzugewöhnen, so wie es ja fast schon jeder macht, das Handy aufs Klo mitzunehmen. Aber, wie gesagt, bei mir zu Hause liegt ein Buch am Klo und es beschäftigt sich mit Leadership. Ah, okay. Ja. Angelotti, oder? Nein, ist so, du hast plain and simple und ich weiß gar nicht, wer der Autor ist, aber beschäftigt sich damit, wie man im modernen Leadership agiert. Klopapier falten oder knüllen? Ja, also ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der es knüllt. Ich verstehe es auch nicht. Sie werden ja nur Kinder. Ich glaube, das muss man erst den Kindern beibringen, dass einer Klopapier faltet. Irgendwann. Wie lange schläfst du im Schnitt pro Nacht? Also, es ist abhängig, wo ich schlafe, weil in St. Pölten bin ich in einem Hotelzimmer und zu Hause, ich habe zwar gerne Kinder, also hängt es ein bisschen davon ab, aber grundsätzlich bin ich vom Langenschläfer zum Frühaufsteher geworden. Umso älter ich geworden bin, normalerweise lege ich mich so gegen 10, 11 Uhr hin, weil es ist trotzdem noch der gesunde Schlaf und stehe zwischen 6 und 7 Uhr auf, in der Regel kein Bock sein. Packst du dir selbst auf oder wecken die Kinder dich auf? Ja, ich glaube, es ist passiert, dass mir die Kinder aufgeweckt haben und inzwischen werde ich verselbstwacht. Also meine Eltern sind 6 Jahre alt, das heißt, ich habe schon mindestens 6 Jahre den Rhythmus und irgendwann wirst du dann von alleine wach. Aber das Schlimme ist ja, dann sind die Kinder irgendwo bei einer Freundin oder so, oder bei der Oma. Und wach tatsch. Wach tatsch. Genau. Das ist eigentlich das Schlimme. Ja. Ach, das ist bei dir nicht die Katze? Die Katze natürlich auch. Ja stimmt, die werden natürlich um 6 Uhr gefüttert werden. Das gibt es bei mir nicht, aber irgendwann ist es zur Gewohnheit geworden und jetzt komme ich mit. Ich bin nicht einer für die, die so ganz kurz schlafen war, mit 6,5 bis 7,5 Stunden, komme in der Regel gut aus und es ist immer sehr viel zu tun, muss ich echt sagen. Wenn man Familie hat und gleichzeitig ein Trainer ist, ist sehr eine gute Angewohnheit, wenn man mit 6 bis 7,5 Stunden in der Regel auskommt. Seiten- oder Rückenschläfer? Wechselt ab, aber Seitenschläfer würde ich sagen. Tagst du Pyjamas? Yes. Und dafür wurde ich auch schon belächelt und im Nachhinein habe ich festgestellt, die, die das gesehen haben, haben es mir noch gemacht. Wirklich? Ja. So richtig Oldschool Seiben Pyjamas oder? Nein, nein, nein. Schon. Ich habe es gar nicht auf einem vertretbaren Niveau. Wer hat dich belächelt deswegen? Kollegen, deren Namen ich jetzt nicht nennen will und die immer noch zusammenarbeite. Hast du am Pool oder am Strand schon mal eine Liege mit einem Handtuch reserviert, obwohl du sie erst viel später gebraucht hast? Nein, ich bin einer, der sich bei solchen Dingen schwer tut. Aber ich will es auch gar nicht ändern. Ich halte mich immer an die Regeln, die so herrschen. Und wenn das nicht erlaubt ist, dann mache ich es auch nicht. Glaubst du, wenn du mal gemeinsam mit Jan Schlaudraff auf Urlaub gehst, dass Jan Schlaudraff eine Liege reservieren wird, weil das ist ja eher so angewanderte deutschen Kollegen? Wir sind jeden Sommer mit dem Staff und auch mit dem Office. Also heuer waren wir glaube ich mit 14, 15 Personen auf Mallorca im Urlaub, wo wir auch Dinge nach und vor besprechen. Das heißt, wir sind... Am Mallorca? Ja. Und der Jan ist einer, der solche Reisen organisiert. Das ist unfassbar. Und dann gibt es für alle reservierte Liegen am Strand. Das finde ich blöd. Letzte Frage. Wen siehst du? Puh. So gut wie niemanden in meinem Umfeld. Ich habe eigentlich mit niemandem zu tun. Denn ich sitze und auch mich sitzen kaum Leute. Ist das unangenehm, wenn du gesitzt wirst? Es ist mir nicht unangenehm, aber es gibt nur wenige Personen, die zu mir in einem Verhältnis stehen, wo ich das als Stand jetzt angebracht ansehen würde. Und offen gesagt denke ich, dass sich die Zeit des Sitzens schon langsam vorbei ist. Sehe ich mir nämlich ehrlich. Wir haben es in der Vorbesprechung eh diskutiert. Das ist die dümmste Erfindung der deutschen Sprache, das Sitzen. Weil du kannst ja trotzdem respektlos zu jemandem sein und diese Person sitzen. Und kannst den duzen und dem Respekt zahlen. Also von dem her, ich verstehe es nicht. Aber wenn zum Beispiel jetzt junge Spieler raufkommen bei euch. Ja. Das sind sie euch am Anfang sicher schon, oder? Ja. Teilweise ja, teilweise nicht. Und es ist nicht notwendig. Sagt sie ihnen dann, sagt doch bitte du zu mir, oder? Ja, genau. Sie können du sagen und normalerweise nehmen sie das dann auch relativ bald in Anspruch. Und ist aus meiner Sicht der Zeit, in der wir uns befinden, angepasst. Wobei ich nicht sagen will, dass es vielleicht Situationen gibt, wo es angemessen ist, wenn ich jetzt mit einer Person zu tun habe, die den Bundespräsidenten würde sich zitieren. Ja, das würde ich. Wieso? Wieso Bundespräsidenten? Wieso? Möchtest du ihn duschen? VdB, hallo. Ja, also ich sage, ich würde einer Person, die jetzt um so viel älter ist als ich, ich würde sitzen und würde dann abwarten, was passiert. Würde ich schon machen, ja. Aber von mir herunter zu, glaube ich, hat das mehr oder weniger ausgedehnt. Damit sind wir jetzt einmal fertig. Ich würde dich bitten, dass du ein nächstes Thema pickst. Mein Lieblingsthema und das ist halt einfach Fußball. Bisschen langweilig, aber okay. Ja, ist gut. Wirst du anfangen? Nein, bitte fangen, ich sehe eine an. Ja, dann starten wir gleich mit den Fragen. Deine Top 5 Fußballer aller Zeiten? Aller Zeiten. Aller Zeiten. Also ganz klar, mein Lieblingsspieler war der Sinedine Zidane, weil mit dieser Eleganz, mit der er gespielt hat, das hat mich immer fasziniert. Dahinter auch relativ einfach, war immer ein großer Fan von Japs Darm. Der hat für mich so eine riesen Erscheinung auf dem Platz und war auch fußballerisch ein sehr guter Spieler. Der hat mir immer getaugt. Das ist ja kein frisurentechnischer Muster. Ja, aber das ist unfreiwillig, ich kann es nicht ändern. Aber du hast recht. Das hat ihm ganz gut gepasst und ich glaube, mir passt es auch ganz gut. Also, es gibt ja den beim Zidane ja auch eigentlich. Eben. Vielleicht hängt es damit zusammen, was du mir mal Gedanken drüber machen. Welcher Spieler kommt jetzt? Das ist die Frage. Du, dahinter wird es dann schon so ein bisschen nicht mehr ganz so klar für mich. Wer mir auch extrem taugt hat, war der Ronaldo. Der echte Ronaldo. Ja, genau. Der sogenannte dicke Ronaldo. Einfach weil er auch in der Zeit gespielt hat, wo ich so in der Jugend war, wo man halt so wirklich noch begeistert ist und fantasiert. Da war er magisch, der Ronaldo. Was ist deine erste Erinnerung an Ronaldo? Ist die WM 1998 oder die WM 2002? Die erste Erinnerung, also mit 1998 bringe ich ihn in Verbindung in Zidane. Mit ihm bringe ich eigentlich so tierisch in Verbindung viele Szenen, so mit dem Übersteiger und so. Aber letztendlich auch so wie er das da macht gegen die Deutschen im Finale, wo er mit Spitz schießt. Und dann läuft er drauf und haut ihn rein gegen den Oliver Kahn, wo der so am Boden liegt. Das verbinde ich so mit Ronaldo. Aber ich habe unzählige Videos von ihm gesehen mit seinen Antritten und so. Es ist einfach faszinierend, wie der da über den anderen Gegner drüber gegangen ist. Hat mir extrem taugt. Und dann macht er teilweise Sachen, das vergisst man ja wieder. Das war ja die Quote. Bei Barcelona. Also generell, die Zeit, die er begonnen hat in Europa, PSW Eindhoven, war schon Wahnsinn. Dann ist er eigentlich weitergewechselt nach Barcelona. Hat er alles zerstört und es ist wirklich in den Takt weitergegangen. Wird es halt interessiert, wie hätte sich der Spieler weiterentwickelt, wenn er halt nicht diese schweren Verletzungen, beziehungsweise ein bisschen ein professionelleres Verhalten zu seinem eigenen Sport vielleicht. Ein Lebenswandel. Ja. Ich sage, das war auch zu dieser Zeit eigentlich faszinierend. Man kennt ja die ganzen Geschichten, wie es bei Real Madrid die Freiheiten, die sich die Galaktischen da genommen haben. Und trotzdem war das auch damals ein Top-Niveau. Und was der für Leistungen gebraucht hat, ist für mich außergewöhnlich. Und ich sage immer, das ist magisch, was die Spieler auf dem Platz dann gemacht haben. Und es ist ja das Faszinierende dann. Ja. Jetzt haben wir drei. Zidane, Stam, Ronaldo. Ja. Nein, dahinter ist schon eher so, also wird es schon breit gefächert. Für wen, würde ich mich jetzt so entscheiden. Der Gennaro Gattuso hat mir extrem getaugt. Ähnlich einmal einer mit Haare. Ja, und ich war ja selbst der Sechser. Und seine Einstellung, sein Kämpferherz war für mich immer faszinierend. Hat mir sehr getaugt. Der Gennaro Gattuso war auch so extrem erfolgreich mit der AC Mailand zu dieser Zeit. Und auch mit Italien. Ja, und dahinter nochmal so ein Spieler, der Querenc Seedorf. Der so physische Stärke mit fußballerischer Intelligenz immer verbunden hat. Hat mir auch extrem getaugt. Und wenn du den jetzt nochmal schaust, wie der ausschaut. Das sind für mich so Athleten, wo ich sage, das ist faszinierend. Was die auch für, wie die ausschauen. Was die für Grundvoraussetzungen haben, um den Sport auszuheben. Du kannst ja nichts gegen sie machen, mehr oder weniger. Das fasziniert mich. So diese Spieler, die auf Top-Niveau trotzdem noch besser waren, als die anderen Top-Spieler. Wo ist Messi? Ich meine, du hättest jetzt fünf Spieler auch gezählt und hast den Besten aller Zeiten noch nicht. Du, ich sehe es genauso wie du. Er ist für mich persönlich der Beste aller Zeiten. Aber es ist halt gleichzeitig so eine emotionale Geschichte. Und die ganzen Spieler, wie ich gemerkt habe, sind halt so aus meiner eigenen Kindheit, Jugendzeit. Und da war das einfach für mich noch so viel faszinierender, das Ganze. Und man hat aber FIFA diese Spieler in einem Team zusammengestellt. Und hat trotzdem noch viel mehr mit dem identifiziert. Und der Messi ist dann trotzdem so, bringe ich eh in Verbindung mit meinen eigenen. Wo man schon einfach so diese Fantasien verschwinden. Man wird irgendwie so, man sieht mehr so das Faktenmäßige. Es ist immer faszinierend, in der Messe zuzuschauen. Und es ist schade, dass sich eine sehr fußballerische Lebensdauer jetzt dem Ende nähert. Aber diese Spieler, die ich in meiner Top 5 habe, die haben mich in meiner Kindheit und Jugend begeistert. Das ist eine gute Aufwechslung. Also von dem her kein Kritikpunkt mehr. Obwohl, Messi ein bisschen Kritikpunkt. Machen wir weiter. Zitat aus einer Taktikanalyse von Spielverlagerung. Punkt. Ich habe ja ein bisschen vergessen, den Punkt zu machen. Ist der Fußball von heute auf höchstem Niveau dem gemeinen Fan noch vermittelbar? Ja, zu 100 Prozent, weil für mich ist und man könnte mich dieser Generation schon zuteilen, wo man sich mit diesen sehr mit den detailverliebten Artikeln auseinandersetzt. Auch ich mache das auch von Zeit zu Zeit sehr gerne. Aber trotzdem, zum einen, umso mehr man sich im Detail auseinandersetzt, umso mehr komme ich zu dem Schluss, dass der Fußball am besten funktioniert, wenn man es aber schafft, es einfach zu halten. Und das ist die Kunst. Und der zweite Punkt ist, für mich hängt der Fußball immer mit dem zusammen, mit der Emotion, mit dem Überraschungsmoment. Und egal wie viel Struktur und ich glaube, dass ich zu denen dazugehöre, die sich sehr wohl gerne in dem Bereich bewegen, Struktur und detailgeträume. Aber das Faszinierende am Fußball und das Mitreißende ist immer noch dieses, das Emotionale, das Überraschungsmoment. Und man wird auch immer diese Spieler brauchen, die überraschende Dinge auf dem Platz machen. Und das sorgt dann für diesen Wow-Effekt. Und deswegen, ich beschäftige mich auch mit solchen Sachen, aber man kann es wirklich übertreiben. Aber wenn du mit Manuel Bogert jetzt zu zweit irgendwo zusammensitzt, nerdert sie dann auch so herum oder spielt sie das dann doch in einer normaleren Sprache ab? Also ich würde sagen, wenn es uns jetzt so im schlimmsten Moment erwischt, wenn ich es so sagen darf, dann kann es schon mal in die Richtung gehen, dass man wirklich so fachsimpeln und auch Spaß daran hat, fach zu simpeln. Und es zerrt auch manchmal die Nerven, wenn man vom Detail nimmt. Und wie könnte man das anders machen? Aber trotzdem sind wir Freunde davon, so beim Sprachgebrauch vom Fußballer und auch, wenn es möglich ist, vom Zuschauer zu bleiben. Auch deswegen, weil man sich, glaube ich, bewusst machen muss, am Ende müssen wir auch einen Spieler transportieren. Und ich glaube, dass das schon ein ganz wichtiger Punkt ist. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Aber damit hast du es im Grunde eh schon beantwortet. Wenn du eine Fußballregel ändern könntest, welche wäre das? Puh, aktuell würde ich es ändern. Also was mich massiv stört, ist Netto-Spielzeit vergleich Brutto-Spielzeit. Und ich würde alles dafür unternehmen, um Regeln in diese Richtung zu verändern. Und was konkret, konkret zum Beispiel, dass, ja, ich würde das machen, ich würde Netto-Spielzeit einführen. Also im Basketball zum Beispiel? Ja. Wenn mich das massiv stört, dass es Spiele gibt in der zweiten Liga, wo wir uns gerade bewegen, wo wir auch zwischen 40 und 45 Minuten Netto-Spielzeit haben, wo ich sage, das geht schon fast ins Wettbewerb zerrende rein. Was war das aufregendste Fußballspiel, bei dem du jemals warst? Puh, das aufregendste Fußballspiel bei dem du jemals warst? Muss ich gar nicht irgendwie als Trainer gewesen sein oder selbst Spieler zu sein, sondern als Fan? Ehrlich gesagt bin ich mein ganzes Leben lang nicht zu diesem Stadiongeher gewesen. Und dementsprechend bin ich von kaum irgendwelchen anderen Mannschaften, eher von einzelnen Spielern so ein richtiger Fan, auch in meiner Jugend nicht, sondern eher so die Begeisterung für einzelne Spieler. Und deswegen war so das aufregendste Spiel, was ich selbst miterlebt habe, waren eigentlich so meine, die Spiele als aktiver. Ich habe in der Regionalliga Ost mit Bahnhof zwei Jahre hintereinander und einen Aufstieg in die zweite Liga gespielt und bin zweimal an der Relegation gescheitert, einmal an WRC und einmal an der Vienna. Und das muss ich sagen, waren eigentlich die aufregendsten Spiele leider Gottes zweimal im negativen Sinne. Ich war sehr aufgeregt noch. Abschließende Frage zu diesem Themenkomplex. Warum ist Fußball so dermaßen leihwand? Also, das ist leicht zu erklären. Für mich und ich glaube auch für die Allgemeinheit ist Fußball die beliebteste und mitreisteste Sportart der Welt, was es glaube ich ist und für mich auf jeden Fall, weil immer der Schwächere den Stärkeren schlagen kann. Und das ist so das unglaublich Spannende am Fußball, dass immer alles möglich ist. Und mit dem glaube ich, kann sich jeder identifizieren mit diesem, dass der Schwächere den Stärkeren schlagen kann, dass diese Überraschungen gibt. Es ist ja fast jedes Wochenende kommt irgendwo an so einen Punkt. Und das ist aus meiner Sicht das, was in Fußball zu dem macht, was er ist und warum wir alle und ich speziell uns so gern tagtäglich damit befassen. Machen wir noch zwei Themen. Also einmal das Ende und da vor vielleicht noch eine. Ja, also dann nehmen wir Digitales, weil da bin ich gespannt, was du da für Fragen. Nein, da habe ich das halt dafür. Da bin ich auch schon gespannt. Wie gesagt, der Harald hat das alles. Ich habe keine Erinnerung, was ich da reingeschrieben habe. Digitales. Irgendwas mit einer App, schätze ich. Welche App dürfte ich nicht von deinem Handy löschen? Ja, also was ich dringend brauche, ist WhatsApp. Das ist irgendwie so der Kommunikationskanal der Mannschaft, gibt es eigenen Gruppenchat? In alle Richtungen. Beruflich, Freundeskreise und für mich ganz wichtig noch, ich bin in einige Gruppen aus langer Vergangenheit, wo wir immer noch über WhatsApp-Gruppen regelmäßig in Kontakt stehen. In Mannschaften, in denen ich gespielt habe. Also ich bin ja ein Typ, wo ich glaube ich behaupten kann, so Beziehungen zu pflegen in dem Ausmaß, in dem es möglich ist. Und da ist WhatsApp, muss man echt sagen, für mich eigentlich eine absolute Notwendigkeit. Wie sehr nervt die mögliche Familiengruppe? Also das ist bei mir meistens meine Eltern, die halt erst vor ein paar Jahren wirklich in Kontakt sind mit dieser App. Da kommen manchmal sehr seltsame Nachrichten. Da gibt es eine Frage, warum sie mir das jetzt mitteilen wollen. Ja, genau. Also da muss ich sagen, meine Eltern sind anscheinend eine Generation, wo es so ist, dass sie das WhatsApp kaum verwenden. Und dementsprechend verwende ich es nur mit meinen Geschwistern und da funktioniert es optimal. Was nervt dich an Laola 1 am meisten? An Laola 1 nervt mich eigentlich gar nichts. Mich nervt nur der Live-Termin am Sonntag um 30. Nein, 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 nein. Sie haben mir gedacht, du bist der Frühaufsteher, hast du gesagt, das kann ich nicht. Ja, wie schon, aber nicht alle anderen mit denen zu tun haben. Wie habt ihr selbst in der Hand aus der Nummer rauszukommen? Ja, wobei ich sage, wie ich es gerade gesagt habe, grundsätzlich finde ich das Produkt Laola und was es anbietet, finde ich wirklich top und man muss es auch schätzen. Die Medienpräsenz, die wir als zweite Liga, die finde ich auch wirklich immer attraktiver wird. Das hängt ganz stark mit so einem guten Partner zusammen und deswegen kann ich sehr viel Positives sagen. Aber ich habe zu mir gefragt, was mich nervt, oder? Das passt nicht. Du kriegst dann nachher was zum Trinken, gell? Und immer kein 10-30 Termin SKN fixstart. Nervt halt. Was denkst du über Menschen, die in der Öffentlichkeit mit Lautsprecher telefonieren? Ja, dass sie ein paar Dinge, wie man sich in der Öffentlichkeit bewegt, noch nicht verstanden haben. Und das ist genau das Problem, glaube ich, dass sich die digitalen Möglichkeiten so schnell weiterentwickeln und so manche Person aber den Gebrauch noch nicht so richtig verstanden hat. Aber das finde ich ein bisschen gemein, weil mein Handy, da geht momentan nur der Lautsprecher, von dem ich kann sogar nur so telefonieren würde. Dein Handygefahr ist grundsätzlich fragwürdiger. Welche ist die unnötigste WhatsApp-Gruppe, in der du gelandet bist? Boah, die unnötigste. Meistens sind das so Gruppen, wo irgendwas organisiert wird für eine Hochzeit oder für einen Ausstand. Und ich bin dann ganz klar der Typ, der einfach... Wird man auch die Gruppe verlassen? Naja, das mach ich dann auch nicht, aber... Ich bin stumm schalten, oder? Ich bin selber rein und bald ist ein Treffen. Das interessiert mich. Und ich bin dann auch nicht der Typ, der da an der Organisation so beteiligt ist. Weil, du bist ja auch Vater, Kindergarten und Schulgruppen... Ich mache das als meine Frau. Ah, okay. Hast du dich rausgehalten, oder wie? Ja, schau, wenn du eines von mir lernen kannst, dann wird man eine Beziehung unter euch organisiert. Rennen und dann lachen. Es funktioniert. Verwendest du Smileys? Natürlich. Meine Frau sagt, ich verwende fast nur Smileys ihr gegenüber. Sie schreibt immer einen Text und ich schreibe immer irgendeine Art für Emoji. Ja, was ist denn dein liebstes Smileys? Ja, dadurch, dass ich grundsätzlich ein optimistischer Typ bin, verwende ich sehr oft den da. Ja. Ich verwende auch Daumen hoch. Das geht immer, oder? Ja. Sehr, aber ich bin ein Monocle-Fan. Du bist ein bisschen... Ich frag halt immer die Menschen, ich will immer im Gespräch bleiben. Was ist das als Monocle? Ja, das ist ein Monocle, wo Smileys ja rechts nach oben schaut und ein Monocle. Ja, aber was bedeutet das? Ich weiß bei vielen Smileys nicht, was sie eigentlich heißt. So wie bei dem zum Beispiel. Das ist eher eine Frage. Wie meinst du das jetzt? So nicht richtig. Verwendest du ein Fragezeichen in der Regel? Das brauche ich nicht. Weil die kommunizieren nur mehr, das ist halt der Altersunterschied. Ja, entscheidend. Sprachnachrichten sind? Anstrengend und zeitraubend. Danke. Anders. Wie oft geht dir dein Handyakku zu unpassenden Zeitpunkten aus? Selten bis nie, was das betrifft, bin ich inzwischen eine gut organisierte Person. Was früher nicht mehr Stärke war, aber inzwischen habe ich das gut im Griff. Sehr gut. Und dann haben wir die letzte Rubrik noch, das Ende. Nehmen wir das noch irgendwo an. Nein, mein Team, das hätte auch noch gern geschaut, was da drin steckt. Wenn du dir die Zeit nehmen willst. Ja, schauen wir rein. Mein Teaming. Wen aus deiner Mannschaft hättest du am liebsten bei einer Wirtshausschlägerei an deiner Seite? Ja, also gibt es mehrere zur Auswahl. Trainerbank hätte ich da vielleicht noch dazu genommen. Nehmt, das gilt auch. Aber ich sage mal, wie gesagt, es gibt einige zur Auswahl, aber ich müsste mich wahrscheinlich entscheiden zwischen David Regler und Christian Ramsemmen. David Regler hätte Mato. Ich glaube auf den Tag, da muss ich verlassen. Nehmt mich ja. Wer sorgt für die meisten Lacher in der Kabine? Puh, ja, gibt es unterschiedliche. Jetzt hat es ja wieder einige Veränderungen gegeben. Aber ich glaube auch in der Kategorie sind Julian Keiblinger und David Regler ganz vorne dabei. Die Jungen also. Welche Geldstrafe im Strafenkatalog ist viel zu hoch angesetzt? Du, offen gesagt, kenne ich dich nicht einmal auswendig, weil wir versuchen, so wenig wie möglich mit Geldstrafen zu arbeiten, so gesehen. Ich glaube, da gibt es keine, die zu hoch ist. Wir sind eher ein paar zur Niedrigung angesetzt. Ja, und was ist zur Niedrigung angesetzt? Wir haben so ein System, wo man immer eingeben muss, wie man sich fühlt. Und mache mir das Gefühl, obwohl ich kein Freund für Geldstrafe bin, aber den könnte, habe ich das Gefühl, mache mir das zu niedrig angesetzt. Das passiert dem einen oder anderen in der Vergangenheit so oft. Dass er vergisst. Dass er vergisst, dass er es zu machen. Was für eine Skala gibt es? Also ich meine, von der Rain von mir geht es jetzt ein bisschen depressiv. Ja, also es gibt so, wie ist mein Gesamtzustand aktuell, gefühlsmäßig, Schlaf, Muskulatur. Müdigkeit und dann 1 bis 10. Es ist eh üblich, so etwas zu machen. Ja, ja, ja. Das könnten wir auch einführen. Da werden sicher die anderen auch noch finden. Ja, klar. Wofür hast du zum letzten Mal Strafe gezahlt? Beim Jan Schlaudraff dafür, dass der Mistkübel in unserem Büro nicht ausgelehrt war. Ich habe zuerst geglaubt, es war Spaß, aber er hat gesagt, den zahlst du den Zehner. Und seither habe ich mir die Verantwortung dafür. Die deutsche Grünstlichkeit. Ja, entscheidend. Musicalbesuch oder gemeinsames Kochen? Was käme als Team-Building schlechter an? Ja, ich glaube, Musicalbesuch käme schlechter an. Ich glaube, gemeinsames Kochen kann schon Spaß machen. Wenn du mit jemandem aus deiner Mannschaft Kleidung tauschen müsstest, mit wem bestimmt nicht? Ja, also bestimmt nicht mit dem Kevin Monziaro. Hahaha. Den Stil, den er prägt, ist weit weg von dem, was ich sage. Viele Pflege anzuziehen. Viele Schnitzer und... Blink, Blink. Ja, aber es ist alles dabei. Von Oversized zu zu bunt. Von zu viel Weiß auf einmal. Also ganz weit weg von dem. Zu ihm passt es perfekt. Aber von meinem Stil... Welten dazwischen, würde ich sagen. Perfekt. So, dann haben wir jetzt aber wirklich die letzte Kategorie. Das sind im Grunde nur zwei Fragen. Wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja. Und wir starten. Was muss passieren, damit du ein Interview abbrichst? Ja, was muss passieren? Es muss viel passieren, aber wenn die Fragen zu unbeantwortbar werden, dann muss man es irgendwann abbrechen. Aber im März, wann würde ich ein Interview abbrechen, wenn es ins Respektlose reingehen würde. Dann finde ich, dann muss man sich selbst schützen und dann bricht man ein Interview ab. Hast du mal ein Interview schon ab? Keiner zu sagen. Okay. Und allerletzte Frage. Welche Frage würdest du uns gerne stellen? Puh, welche Frage würde ich euch gerne stellen? Wir hören uns auch. Ja, beantwortet. Manchmal eine Frage. Es gibt ja die meisten Spiele, wenn er kommentiert, aber einige auch nicht. Woran liegt das? Kommentatoren-Schwund. Wenn man einfach zu wenige Leute alle Spiele kommentieren. Das ist ein ein oder anderes Spiel. Bleibt unkommentiert, was nochmal. Genau so etwas. Wenn er nachstehen ist. Ja. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Das ist jetzt so ein Stück, da geht das von dir. Ich glaube nicht. Zumal es wird ja kein anderer Kollege. So wird das überhaupt nicht gemeint. Jetzt ja in Bezug aufs Spiel. Also so. Ich hätte es jetzt auch anders angenommen. Aber doch wurscht. Nein, ich finde das war eine gute Premiere dieses Formats. Und wie nennen wir es jetzt eigentlich? Das ist unangenehm. War es unangenehm für dich? Nein. Überhaupt nicht. Es geht halt einmal um andere Dinge wie nur. Und es um die Serie geht. Und das ist für mich viel okay. Passt. Super. Das war ein unangenehmes Gespräch mit Stefan Hell. Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2. Du auch? Nein. Ich habe gewusst, die Frau kommt vor dir. Zwarer Konferenz. Der Podcast zur zweiten Liga bei Lola 1.